Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, noch bevor man nachweislich 1605 in Straßburg den ersten Weihnachtsbaum aufgestellt hat, so sagen das die Quellen, hat man seit dem Mittelalter die Häuser und die Kirchen mit Girlanden geschmückt, also mit grünem Gezweig, was man halt in unseren Breiten im Winter so findet, an Stechdorn oder Eibe oder Tanne oder Fichte, was es halt so hergibt. Das war ein Ausdruck, nicht nur, dass die Natur etwas bereithält, das in sich eine Lebenskraft eben mit dieser grünen Farbe zeigt, während sonst alles herum stirbt, tot ist und nichts hervorbringt. Es war in den Kirchen und in den christlichen Häusern der Fall. Man hat sozusagen eine Übersetzung gefunden in dem, was wir heute unter Weihnachtsdeko abbuchen, eine direkte Übersetzung dessen, was wir eben beim Propheten Jesaja gehört haben. Aus einem Stumpf, der tot aussieht, kommt plötzlich doch noch irgendwie etwas Grünes hervor. Ganz überraschend. So ein kleines, unbemerktes Ding irgendwo an der Seite hat es sich herausgearbeitet. Damit hat niemand mehr gerechnet. So sieht der Prophet Jesaja in seiner Zeit diese Situation, eine politisch vollkommen verfahrene Situation, ein, wir würden heute sagen, ein Staat in Auflösung, ohne Struktur. Das Könighaus David, dieses hochgepriesene, vielleicht mit einem ganz schicken Anfang, vollkommen aus den Bahnen geraten, die gibt's gar nicht mehr, abgehauen, wie ein abgeholster Baum. Schluss. Und genau aus diesem toten Baumstumpf kommt plötzlich ein Trieb hervor. Und wir wissen aus der Geschichte, liebe Schwestern und Brüder, dass sich das in der Geschichte Israels nicht wieder bewahrheitet hat. Mit dem Davids Haus war es zu Ende. Spätestens seit der babylonischen Gefangenschaft sind die sozusagen nicht mehr auf die Füße gekommen. Natürlich ist diese Familie irgendwie weitergegangen. Wir als Christen lesen diese Stelle im Advent, weil wir sagen, ja, es gibt diesen Nachkommen Davids. Ganz überraschend, womit niemand gerechnet hat. Es gibt diesen Nachkommen Davids. Das Neue Testament ist voll davon, wie es diese Stellen über David, die Psalmen, die Königsgeschichte von Christus her versteht. Aber ist das nicht dann eine verkehrte Welt, wenn wir diese schöne Verheißung bei Jesaja hören und dann schlagen wir das Neue Testament heute auf und im Evangelium geht es auch um die Bäume, auch um die Triebe. Aber da haben wir das umgekehrt. Es wird die Axt an die Wurzel gelegt, sagt diese komische, asketische Figur in der Wüste. Johannes heißt er. Warum? Wozu schon wieder die Axt? Jetzt sind wir so froh um diesen Trieb, der da sich hervorgearbeitet hat. Dann kommt er schon wieder mit so einem Gerät an und macht uns das alles kaputt. Wenn wir dieses Evangelium ernst nehmen, liebe Schwestern und Brüder, macht er uns den ganzen schönen Advent kaputt. Die ganze Weihnachtsdeko ist für den Mülleimer. Das ist schon wieder so unbequem. Schlangenbrut gehört nicht zu den Kosenamen, Sie wissen das. Wie bringen wir beides zusammen? Johannes nimmt Stellung in seiner Einöde, in der Wüste, zu der manche hinausziehen, wie das heute auch so ist. Manche aus Neugier, manche aus Überzeugung und manche bleiben weg. Als er das Establishment sieht, da kommt er richtig in Fahrt. Also jene, die sich in Jerusalem sozusagen ganz breit gemacht haben. Die sagen, wir verwalten das hier alles, wir haben da so ein System und in dem funktioniert alles. Johannes. Da greift Johannes zu Worten, die wirklich nicht besonders charmant sind, sagen wir es einmal so. Johannes versteht sich ganz von diesem Propheten Jesaja her. Denn wir können auch den Propheten Jesaja nicht verstehen mit seinen schönen Bildern, die wir im Advent lesen und wir lesen ja immer nur Ausschnitte, wenn man nicht die heftige Kritik des Jesaja mithört und mitversteht. Das beginnt gleich in den ersten Versen. Euer Weihroch kotzt mich an, das Geplärr eurer Lieder hängt mir zum Hals raus. Wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Kirchen, heißt es damals nicht, aber meine Vorhöfe zertrampelt? Auch nicht schön. Für Jesaja sind es immer wieder die hohen Bäume, die riesen Wälder, die sich im Gegensatz zu der schönen, entfaltenden Schöpfung, wie Gott sie am Anfang gesetzt hat mit einem Garten. Für ihn sind die hohen Bäume Zeichen menschlicher Überheblichkeit. Und auch Jesaja kennt dieses Bild, dass diese Bäume, die Zedern des Libanon, die ihre Wipfel so hoch hinausrecken, gefällt werden. Das wird eine Wüste werden, sagt er. Für Jesaja wie für Johannes den Täufer gibt es einen Bezugspunkt dieses Hochmutes und dieser Entleerung all dessen, ob das Weihrauch, Lieder, Tempel, Kirche, Establishment ist. Es ist, wenn man seine Rechnung ohne Gott macht. Nun ja, man kann Gott schnell im Mund führen. Man kann auch schöne Weihnachtsdeko machen und das alles hat mit Gott, hat mit Christus, mit seinem Kommen, dass er der Welt bevorsteht, nichts zu tun. Es soll sogar möglich sein, Weihnachten zu feiern, ohne einen Bezug zu Christus zu haben. Wie macht man das eigentlich? Eine Gesellschaft, liebe Schwestern und Brüder, ohne Gott zu bauen, von der sagt der Prophet Jesaja, es sind so hoch auch fragende Gipfel. Das ist das Problem, das die Bibel von Anfang an schildert. Turmbau zu Babel, eine ganz ähnliche Geschichte. Wir machen das jetzt mal. Wir kriegen das schon in den Griff. Unsere Welt ist voll davon. Und ich will jetzt gar nicht so sehr wieder auf politische Worthülsen lenken. Das sind ja auch nur Menschen. Aber wir machen das selber auch. Wir kriegen ja auch unser Ding in den Griff. Und dann wundern wir uns, dass nichts geschieht, dass es irgendwie aneinander vorbeiläuft. Und wir sagen, warum ist das denn alles so tot? Warum kommt mir da so gar nichts entgegen? Wie ein toter Baumsturm? Ich fand beim heiligen Hieronymus eine interessante Bemerkung. Der kommentiert die Stelle, warum Johannes nicht in Jerusalem predigt, sondern in der Einöde, in der Wüste. Er sagt, das Heil Gottes und die Heilung, die von ihm ausgeht, wird nicht in Jerusalem gepredigt, sondern in der Einöde der Kirche. Wie immer Hieronymus ziemlich gegen den Strich gebürstet und ein wenig mutig. In der Einöde der Kirche. Das ist das, was wir heute ständig beklagen. Warum ist das so öd? Es ist die Einöde der Kirche, die wir brauchen, um das Eigentliche wieder zu sehen. Um die Botschaft des Jesaja, die Botschaft der grünen Zweige und schließlich auch die Botschaft des Christbaums wieder zu verstehen. Dass es einen Trieb gibt aus allem Totgesagten und Totgeglaubten und das ist Christus. Allein Christus. Und von ihm kommt alles her und von ihm geht alles aus. Papst Franziskus hat dieser Tage seinen Vorgänger zitiert und gesagt, ihm beeindrucke immer dieser Satz, den Benedikt einmal gesagt hat, dass christlicher Glaube keine Idee ist, keine Theorie, kein System, sondern eine Begegnung. Eine Begegnung. Und manchmal müssen wir uns hier auch fragen, natürlich, ich denke mal, alle, die hier sind, nennen sich Christen. Warum wären sie sonst hier? Was bedeutet das? Wie sieht unsere Begegnung denn aus? Unsere Suche nach Christus? Dann können wir sagen, okay, jetzt sind wir sonntags morgens schon mal da. Eine Stunde, was will er denn? Noch mehr? Okay, wir tun auch gleich was in den Klingelbeutel und Adveniat kommt auch. Okay, noch mehr? Wenn Sie gleich die Gelegenheit haben, beim Friedensgruß schauen Sie doch mal rechts und links. Auch das, sagt uns die Botschaft des Neuen Testamentes, ist Begegnung mit Christus. Auch mit Leuten, mit denen wir noch nie was zu tun hatten, die wir vielleicht gar nicht kennen. Das ist Christus, die Einöde der Kirche. Das sind nicht alles die tollen Typen. Das sind nicht die, denen alle hinterherlaufen. Das sind so normalos wie wir. Manchmal zum Sterben langweilig. Aber auf diese Begegnung käme es an. Etwas anderes haben wir nicht. Das Heil Gottes, sagt Hieronymus, wird in der Einöde der Kirche gepredigt. Auch in unserer Einöde, hier und heute. Und hier können wir es finden. Wir können anfangen zu suchen. Diesen kleinen Trieb zu suchen. Bei all dem, was so tot erscheint und hoffnungslos. Wahrscheinlich ist es das, was Johannes meint, wenn er uns heute zuruft. Bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nah.